Was geht ab? Schoko-Freunde! Das ist meine Anmod, Tabea. Das ist meine Anmod. Wann das aber? Also bei mir klang das echt nice zusammen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch gekannt ist. Ich weiß auch, dass einmal wir meinten, mach du mal die Anmod und du hast dich nicht getraut. Ja, aber wenn du mitredest, trau ich mich. Traust du dich alleine? Was geht ab? Schoko-Freunde! Und ich weiß nicht, was ich weiter sagen soll. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Minecraft Mörder Mystery gab es auch schon lange nicht mehr mit Katis1, der vor mir steht und garantiert ein Mörder ist, aber mich nicht abstechen wollte, weil ich am Reden war. Und Tabea ist auch mit dabei, wie man schon gehört hat, glaube ich. Tobias, geh weg. Ich habe Angst vor dir. Wolltest du gerade sagen, Tabea, geh weg. Mit meiner bloßen Faust bringe ich dich um. Du hast ein Schwert. Tabea, beschützt mich, beschützt mich. Habe ich nicht, habe ich nicht. Beschützt mich, bitte. Nein, ich bin Inno. Komm, zeig mir dein Schwert, Ryan. Komm. Ey, jetzt mal im Real Talk. Wir wissen auch alle schon, wie das abläuft hier. Mörder Mystery, habe ich voll vergessen. Wieso spiele ich das? Ich werde jede Runde Inno und sterbe immer die ganze Zeit. Und ihr werdet immer Mörder und killt mich. Ich bin aber kein Mörder. Also, das hätte ich dich ja schon gekillt. Wer weiß. Ryan, wie muss man inno sein rückwärts? Los, schnell. Äh, T-N-E-C-O-N-N-I. Ja, richtig. Deswegen bist du auch inno. Hä, habt ihr das auf Englisch? Ja. Achso, weil ich habe unschuldig. Ich habe jetzt G-I-D-L-U-H-C-S-N-U. Ich glaube, da steht Mörder, manche Bärzlis noch mal vor. Tobias, bitte, du doch mal. E-N-E-C-O-N-N-I. H-I-J-K-L-M-N-O-P. Q-R-S-T-U-V-W. X-Y-Ryan. Oh, äh. Ups. Ja, genau. So habe ich das in der Schule gelernt. Ich kann das Alphabet nicht so gut. Ich habe das so gelernt in der Schule. Wollen wir zusammen rumlaufen? Ich vertraue euch jetzt. Weil wir das Alphabet gesungen haben zusammen, oder was? Ne, weil wir Innos dann rückwärts buchstabiert haben. Auch wenn man das eigentlich nicht machen sollte. Das machen wir jetzt nie wieder. Das untere. Ja, machen wir nie wieder. Ich habe Tobias verloren. Und hier ist jemand anderes. Hi, Brian. Hi. Hi. Hey. Hey. Guckt euch mal. Ja, die sieht gruselig aus, ne? Weil der Mörder ist AFK. Warte, ich gucke mal. Ich opfere mich. Ich gucke so, ob die mich killen. Ach stimmt, es ist noch keiner gestorben, ne? Ja, deswegen. Der Mörder muss ja dann AFK oder so sein. Weil ich laufe hier mit der rum und wenn die mich killt, dann ist sie es. Komm, Tobi, komm hier, hier. Oh, sterben Leute, sterben Leute. Hier. Wo seid ihr? Ja, ja, mein Gold, ja. Wo seid ihr? Okay, ich wollte gerade kurz so. Ich brauche, ah, hier. Ich brauche auch noch drei Gold. Okay, das ist eins, das ist hinter dir? Ah, nee, hast du schon eingesammelt? Ja, hab ich schon. Hier oben, hier oben, Ryan. Ja, 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 ja. Tobi hat's auch ausgesammelt. Oh, wirklich? Ja. Ah! Gold, Ryan. Bist du auch gestorben? Nein! Ich hab meinen Pfeil vorher abgeschossen, der hätte eigentlich sterben müssen. Aber bei deinen letzten Worte waren, I like pizza. Ja, ja, das ist immer so, diese Essenssachen. Die sind alle tot, oder? Das ist doch gut. Ja, leider. So, mir hat irgendjemand auf dem Teamspeak geschrieben. Kannst du Ryan von mir grüßen? Hä, wer war das denn? Wer hat denn hier geschrieben? Guck mal nach. Guck nach, wenn ich bannen darf. Ist das der Cloudbot gewesen? Nee. Hä? Schon eingebildet. Äh, auch mit einem anderen Teamspeak. Ah, ich hatte das eine Zeile mit WhatsApp. Ich hatte den Sound, nee, Moment, WhatsApp Web. Ich hab so oft WhatsApp Web-Nachrichten bekommen und immer das Video war prüft, dass ich mir irgendwann eingebildet habe, WhatsApp Web-Nachrichten zu bekommen. Ich hab den Ton ständig gehört in meinem Kopf. Oh, das ändert mich doch an was. Ass zeigen, ass zeigen, yeah. Oh Gott, nein. Ass, ass. Was, was du das noch weißt? Hör auf, hör auf, Tabea, bitte. Ass zeigen, ass zeigen. Uh, uh. Bitte nicht. Ja, aber es war ja jemand vor der Kamera. Ja, Ryan, wie family friendly bist du eigentlich wirklich? Also, gerade in Aufnahme war Tabea noch so ultra family friendly. Und jetzt macht sich einer auf Katja. Hier für Doggy. Ryan, hast du nicht auch irgendwann mal ein Text-Up-Pack, das wie, das Katja-Doggy-Pack-Video gemacht? Nee, kenn ich nicht. Hab ich nie gemacht. Ey, ich bin die Text-Up, Leute. Kommt her. Ich mach mich fertig. Echt? Wie buchstabiert man? Ich find leider kein Gold gerade. Hier ist aber noch eine Kamera, Tabea, falls du eine brauchst. Komm her, los, du bist doch ein Mörder. Oh, hier ist die Kamera. Du bist ein Mörder. Na, ich bekam Mörder. Weil mich jetzt als Detective Kills, ne? Ich fahr no-job jetzt mit Auto zu dir nach Hause und geb dir ne Backpfeife. Das fände ich eigentlich schon cool, weil du hier wärst. Ja, aber da müsste ich tanken und ich hab kein Geld. Soll ich dir ein 10er-Signalten? Warte, hör ich das, Ryan hat anscheinend kein Geld. Lass jetzt ein Mic, dann kriegt der mehr Geld. Ja, aber man auch pro Like, man, die glauben ja wirklich, man kriegt pro Like Geld. Oh, das wär crazy. Das wär echt. Ich laufe dir grad schon hinterher. Oh, ich bin hinter euch, ich bin hinter euch. Hier ist die Kamera, Tabea. Nur für dich. Oh, ich hab alles auf Kamera. Okay. Oh, ernst. Willst du mich vor Kamera killen? Das geht viral. Ich hab nicht, ich hab nicht. Das geht viral, mach, tu es. Ich hab halt nicht. Tabea, tu es doch. Ich hab nicht. Es ist doch gerade jemand gestorben. Wir sind alle wieder safe, Leute. Wir sind safe. Ne, hier ist keiner tot. Hätt auch... Hier wird keine Leiche angezeigt. Ich hab gerade gehört, dass jemand schade ist. Ich hab auch gehört, ich hab's auch gehört. Aber es wird keine Leiche angezeigt. Hm, mein Fall für Galileo Mystery. Ich brauch immer noch ganz viel Gold, Leute. Ah, hier ist jemand. Okay, hier ist auch ein... Okay, wir haben auch gewonnen. Murder Mysteries, so spannend. Wer war, wer war, wer war? Weiß ich nicht. Ich nicht, wie immer. AV3 Rixi. Ja, den kenn ich. Den hab ich auch in Vermutung gehabt. Ich auch. Das ist immer. Ah, let's go, let's go. Ah, ja, innocent. Ah, ja, innocent. Ich hab dich schon gesehen. Ja, komm mal her. Komm, zeig mir mal her. Ja, nice, komm, zeig mir dein Schwert. Oh nein, 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 geh du weg. Nee, 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 nee. Wenn man akzeptiert, der Schicksalmann. Nein. Ich vertrau dir. Ich will nach Hause. Ich weiß noch, auf dieser Map, wo ich dir vertraut hab, Brian, du mich einfach von hinten umgebracht hast. Hä? Weil ich würde niemals dich von hinten umbringen. Weil ich Detektiv war und die haben welche Schaden bekommen und dann dachte ich so, nee, das kann ja doch nicht der Mörder sein. Und dann warst du's. Steht man im Wasser? Nee. Ja, aber Tabea, das war ich nicht. Doch, du warst es. Nein. Und dann bist du dumm gestorben. Du hast nicht mal gewonnen. Das hat sich gar nicht gelohnt. Ich hab mir die Leute nicht gezogen. Hier ist ne Leiche. Oh, oh. Oh, oh. Ich kann's nicht gewesen sein. Tobias war bei mir. Echt? Dann war ich's ja auch nicht, weil Ryan war bei mir. Nein. Du warst hinter mir. Ich hab dich nicht gesehen. Ich glaub, Tabea ist tot. Ryan, ich bin hinter dir. Oh, Tabea ist doch nicht tot. Bist du hinter... Wo bist du? Warte. Hier. Okay, geh weg, Mörder. Dann komm mal. Du hast grad noch... Ja, du hast grad noch Rezepten. Hier, wo fragt mich einer, Ryan? Ich hab... Ich hab... Ich hab zwar nichts, aber... Doch nicht, doch nicht. Oh, der ist jetzt hier oben. Ich geh auch mal besser. Der war doch nicht so ohne. Der ist halt auf einmal geschlagen, so. Es wär... Es wär lustig, wenn du jetzt Mörder wärst. Gerade noch so. Ich weiß auch, ich hab dir hier vertraut. Nee, guck, ich ist grad immer gestorben. Und du hast mich gesehen. Hier ist keine Leiche. Locker. Dann Wasser ist ne Leiche. Wie soll ich denn von hier bis da meinen... Werfen, werfen, ja. Ich war hinter dir allein. Ja, und warst mit dem anderen, der hinter mir war? Ich bin jetzt die ganze Zeit bei dir, okay? Aber wo ist Tobias? Tot. Oh, das können sein. Tobias? Oh, Leute, wie heißt das? Och, Mann, das wär immer ein finales Gold gewesen. Oh, sorry, warte, ich helf dir. Nee, ich hab schon. Ich hab, ich hab. Komm hierhin. Komm zurück, komm zurück. Komm zurück, komm zurück. Hier ist ganz viel Gold. Das kann auch so ein Lock sein, ne? Hier ist ganz viel Gold. Komm zurück, Tabea. Ich hab hier ein bisschen Gold für dich. Was eigentlich mit dem Typen? Der ist es aber nicht. Guck dir den mal an. Der stellt seinen Anfang ja runter. Nee, das kriegt ja ab. Ja, lass den mal killen. Oh, wasserabweisend. Wollen wir im Wasser schwimmen? Ja. Kostet drei Gold. Ich hab aber kein Gold. Oh, das ist belastend. Wir suchen dir Gold. Ich hab dir alles gelastet. Wir fehlen zwei jetzt noch. Oh, warte, eins noch. Eins noch. Hier. Äh. Oh, noch ein Gold. Noch ein Gold. Okay. Zack. Und. Let's go. Ah, nur 30 Sekunden. Aua, das ist ja lame. Aber wir sind schnell. Jetzt sind wir aufs Boot. Warum stirbt denn keiner mehr? Ja. Schaffen wir das mit 30 Sekunden? Ja, oder? Ist das jetzt schon das Boot? Oh, nee. Nee, das große meine ich. Oh. Oh, oh. Okay, doch. Oh, hier ist jemand drauf, Alter. Hat ja mich erschrocken, Mann. Oh. Okay, dann weißt du aber, dass wir safe sind. Aber der checkt das Logger trotzdem nicht. Der hat da hinten auf den Gehörn geschossen. Doch, doch. Der hat auf den da hinten geschossen. Okay, okay. Ja, aber vielleicht auch einfach so. Jetzt hab ich ein bisschen Angst, weil die gucken alle hier hin. Ja, ne? Hier sind so viele. Aber wir kommen hier nicht mehr weg. Ist das Problem, ne, Ryan? Der hat den Detektiv gekillt. Ja, der war Tattoo. Oh, er war der. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Okay, warte. Wir können hier ein bisschen. Tabea. Die Person da vorne ist auch gestorben. Ich glaube, es ist der da. Ich glaube, es ist der. Oh, kacke. Ich bin mir nicht sicher. Oh, oh. Hast du den Detektiv-Bogen? Ja. Okay. Wir bleiben erst mal hier. Oder die da? Wer ist denn der? Wo ist denn noch? Oh Gott, da ist auch jemand. Wir bleiben erst mal hier. Soll ich die abschießen? Hier, nimm du die Golddinger. Stimmt. Lass hier campen. Nur noch 35... Ah, sind ehrlich noch 35 Sekunden? Ich glaube, das sind Teamer. Kann das sein? Kann das sein. Da ist der Mörder, oder? Guck mal, die kommt hier rüber geschwommen. Ich schieße die ab. Ich schieße die ab. Ist mir egal. Okay, war der Mörder. Easy. War schon ein bisschen random kill, aber da waren wir zu offensichtlich hier. GG. 5 Karma. Let's go. Danke, dass ihr mich gerecht habt, Leute. Gerne Tobias. Detektivarbeit. Wir waren es einfach. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Seid ihr bereit? Tobias ist tot. Ich lebe. Ja, noch. Weißt du, warum ich lebe? Warum? Dich zu quälten. Leute, 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 ich bin Detektiv. Okay. Ja? Wie bucht man das dann rückwärts? Ich bin Kid Ted. Oh. Ich bin, äh, innocent. Oh mein Gott, so eine gelbe Wilde. Hier, guck, guck, mein Bogen. Warte, warte, mein Bogen. Ryan, hier. Okay. Hier. Ja, geiler Bogen. Kannst du mir den schenken? Ja. Bitte. Hey, jemand Deutsch? Nein. Ja, abonniere mich auf YouTube, dann Spaß. Ähm, wo bist du denn? Du hast Angst ohne mich, du bist doch Detektiv. Ich stehe jetzt einfach afkarum. Okay, warte, nein, 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 nein. Noch sechs Gold, Leute. Uh. Man kann hier Fackeln kaufen. Ja? Geil. Ja, für zwei Gold. Cool. Das mal machen. Ich möchte lieber Fackeln haben, statt einen Bogen. Tabea, wo bist du? Ich habe Fackeln für dich. Warum brennt das Haus hier ab? Weiß ich nicht. Äh, das liegt nicht an meinen Fackeln. Aha, du bist anscheinend nicht, du auch nicht. Die Mädchen sind nicht... Tabea, wo bist du? In diesem Haus, wo wir uns vorhin gesehen haben. Tabea, 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 Tabea. Hier, 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 hier. Hey, ich kann die gar nicht placen. Was soll ich denn mit den Fackeln, wenn ich die nicht placen kann? Wie dumm ist das denn? Kannst du die hier drauf placen? Äh, Leute, es kann sein, dass ich in der Nähe sterben bei mir Leute hier. Ja, okay, damit kannst du Leute kaputt machen. Das ist krass. Ja, ich habe jetzt vier Herzen. Sorry. Egal, mach dir jetzt kein... Du bist ja eh One-Hit mit Schwert, weißt du? Hi, Tobi. Ich bin hinter dir, ich bin Detective. Ja, ähm, ich versuche gerade hier... Ah, jetzt habe ich auch, glaube ich, einen Bogen, weil ich den jetzt auch so... Oh, nice. Okay, ich glaube... Tabea, willst du nochmal auf so ein schwarzes Feld? Ja, warte, die beiden sind es nicht, aber es ist jemand gerade gestorben auch. Tabea, willst du nochmal auf ein schwarzes Feld? Nee, wieso? Damit ich einen Bogen kriege. Ach, du kriegst dafür Gold? Nee, aber wenn ich dich kille, dann habe ich da einen Bogen. Ach so. Äh, der Panda ist es, der Panda ist es, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht, ich habe auch noch keinen Bogen. Nee, nee, ist ja nicht. Panda und Pinguin sind es nicht. Oder sie Team... Ah, der da! Jawoll! Cool. Hab ich ihn, hab ich ihn? Ich weiß nicht, sieht man das? Hab ich ihn gekriegt? Wäre cool, wenn ich jetzt auch mal eine Rolle kriege, nachdem wir beide schon die Tech... Also, ich hätte lieber Mörder, aber trotzdem... Der Mörder wäre jetzt auch ganz nice. Ja, ne? ...ne andere Rolle haben als Innocent. Ja, das wäre ja ganz cool. Ach so, dann musst du jetzt, glaube ich, das Video leiten und kostenlos abnehmen. Nee, Video leiten. Und kostenlos Aroma oder was? Okay, dann mach ihn... Ich bagge im Boden. Dann abonniere ich gleich und alles und dann reicht's. Ich bin rausgeflogen. Als ob. Weil ich im Boden backe. Weil ich anscheinend unter so einer Falltür war und dann am Schwimmen war und ich war am Boden und... ...Boden. Tobias verfolgt mich, das gefällt mir nicht. Tabea, ich würde ja für dich lieben, aber ich bin Mörder. Ich wusste es, Ray, ich wusste es. Ich hab nicht... Ich wusste, weil das war der einzige Grund, warum du nicht rausgegangen bist. Ich wollte dich schnell killen, damit ich Tabea erklären kann. Ich kann die Runde nicht lieben. Ich bin auch extra schon die ganze Zeit hergelaufen. Ja, komm, das ist es jetzt. Ich mag, das ist jetzt direkt verrecke, Leute. Hier sind so viele Spieler. Das gefällt mir nicht. Die laufen alle auf einem Haufen rum und ihr seid nicht hier, um mich zu supporten. Du spektetest mich? Ja, klar. Ich bin auch gerade bei deiner Leiche. Gut. Soll ich einfach YOLO machen? Gibt mir Sicherheit. Soll ich einfach YOLO machen? Ja. Die können dich sowieso... Du bist PvP-Gott. Die können dich nicht killen. Die haben alle noch keine Bogen. Oh, oh, oh. Je eher du das machst, desto schneller hast du Erfolg. Ah. So, der reitet lieber die ganze Zeit. LOL. Hä? Wie lange... Wann wirft sich das? Oh, das dauert ja ultra lange. Okay, jetzt wird es langsam kritisch. Wo ist denn eigentlich der Detective? Vor dem habe ich ein bisschen Angst gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eine Schokoladentafelskirche mit einem Schwert. So, das wird jetzt jeder schon wissen. Ey, bis jetzt hat doch keiner was reingeschrieben. Doch, der jetzt. Ryan X Cole. Oh, oh. Das ist cool. Alter, alle mit ihm im Schwert hier. Okay. Wenn du einfach nochmal das Fett gekillt hast. Ich bin ein richtiger Tier-Crawler hier gerade. Ja, wenn du alle killst, dann auch alle, ne? Alles was... Ja, dann auch das Pferd. Wie komme ich da hoch? Hier einfach? Ich hoffe, das ist nicht der Detective. Hallo. Tschüss. Wo ist der Detective, Mann? Ich muss den Detective killen. Komm, es ist hier noch sieben Innocents. Alter, wie viele gibt es? Aaaaaaah. Das war der Detective. Das war knapp, ey. Das war der Detective. Ja. So, wer will den Detective-Bogen sich holen hier? Jemand von euch? Okay, komm. Fünf Spieler noch. Ich brauche den Sieg. Tabea, glaubst du an mich? Ja. Okay. Okay, wir haben den Bogen jetzt. Oh, oh. Stimmt, verdammt. Aber das ist Steve-Skin. Der kann nix. Pass auf. Der nix können tun. Bam. Oh, verdammt. Der killt mich. Äh, Ryan. Ah, easy. Ach, der hat. No counterplay. Ryan ist zu gut. War es zu gut in diesem Spiel? Danke. Ich bin einfach zu gut. Ja. Weißt du, wir haben auch schöne Möbel in unserem Möbelhaus. Soll ich hier mal sneaken und gucken, ob jemand sich den Bogen holen will? Einen auf Camper machen? Möbelst du einen Mörder oder einen Ninja? Beides. Ich glaube, das klappt leider nicht. Und jetzt sammeln alle nur Gold. Das wäre so geil, wenn jetzt jemand hinter dir steht und drückst einen Fünf und jemand ist hinter dem mit dem Bogen. Okay, drei, nee, vier Spieler noch. Ich finde die nicht. Doch, Ryan. Glaub an dich. Okay, ich glaube an mich. Die campen wir an dich jetzt wahrscheinlich. Aber immer das eine. Der hat einen Bogen. Der hat einen Bogen. Ah. Okay. Oh, ja, der hat immer einen Schuss. Schlecht. Ist das noch ein zweiter? Gut. Ich treffe einfach nie damit. Hast du jetzt schon ein bisschen ghosten hier? Und zwei. Nein, ich sehe die ja gerade. Och, Mann. Ich treffe einfach nicht. Was ist mit dem anderen da passiert? Ist der gelieft gerade? Oh, oh. Ich bin doch gedodged. Ich bin doch zur Seite gegangen. Ich bin doch nach rechts gesprungen. Ach, so ein Drecksgame. Nee, das war es mit der Aufnahme. Nee, nee, das war es mit der Aufnahme. Doch, das war es mit der Aufnahme. Leute, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Leider war Tabé ja nicht in der finalen Runde mit dabei. Ist aber auch... Warum sind wir jetzt in der neuen? Warum bin ich denn jetzt in der neuen? Ich bin ja saugelieft. Ich habe mich jetzt zu traurig gemacht. Ist das ein Trampolin hier? Was ist das? Jo, hier steht einfach ein Trampolin rum. Naja, kann man manchmal spawnen. Geil. Gut. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.